Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern. Was sind Wahlen und wie wähle ich? In diesem Video erhalten Sie Informationen zum Thema Was sind Wahlen und wie wähle ich? Bürger und Bürgerinnen dürfen politisch mitbestimmen. Das geht zum Beispiel durch Wählen. Wählen heisst, Sie geben einer Person, die sie in der Politik vertritt, ihre Stimme. Sie wählen also eine Politikerin oder einen Politiker, von der oder dem Sie denken, dass sie oder er ihre politische Meinung vertritt. Wahlen gibt es in der ganzen Schweiz und auf allen politischen Ebenen. Es gibt Wahlen, die nur die Gemeinde, also beispielsweise die Stadt Bern, betreffen. Diese heissen Gemeindewahlen. Kantonale Wahlen sind solche, die nur den Kanton betreffen, also beispielsweise den Kanton Bern. Dann gibt es noch Wahlen, die die ganze Schweiz betreffen. Diese nennt man eidgenössische Wahlen. An diesen Wahlen können Sie Nationalrätinnen und Nationalräte oder Ständerätinnen und Ständeräte wählen. Gemeindewahlen in der Stadt Bern Alle vier Jahre gibt es in der Stadt Bern Wahlen, die sogenannten Gemeindewahlen. Sie können in Bern die Stadtpräsidentin oder den Stadtpräsidenten wählen. Sie können außerdem Menschen in den Stadtrat oder den Gemeinderat wählen. Das sind verschiedene Gremien, die die Stadt Bern politisch führen. Wenn Sie in der Stadt Bern wählen dürfen, senden wir Ihnen alle Unterlagen drei Wochen vor der Wahl automatisch per Post zu. Sie erhalten folgende Unterlagen. Antwortkuvert mit Fenster Das Wahlkuvert, also das grosse Kuvert mit dem Fenster, in dem Sie die Unterlagen erhalten haben, ist gleichzeitig auch das Antwortkuvert. Der Stimmrechtsausweis enthält Ihren Namen und Ihre Adresse. Er enthält ein Feld, das Sie unterschreiben müssen. Wahlzettel Mit den Wahlzetteln geben Sie Parteien und Personen Ihre Stimme. Stimmkuvert mit Löchern In das Stimmkuvert müssen Sie Ihren Wahlzettel legen. Das Stimmkuvert ist das kleinere Kuvert mit den Löchern. Wahlanleitung In der Wahlanleitung finden Sie detaillierte Informationen zum Ausfüllen der Wahlzettel. Werbematerial In Prospekten oder auf Flyern stellen sich die Gruppierungen und Kandidierenden vor. Anleitung zum Wählen Wir erklären Ihnen nun Schritt für Schritt, wie Sie die Wahlunterlagen ausfüllen können. Antwortkuvert öffnen Das Kuvert mit dem Fenster, in dem Sie die Unterlagen erhalten haben, ist gleichzeitig auch das Antwortkuvert. Öffnen Sie das grosse Kuvert mit dem Fenster vorsichtig. Auf der Rückseite hat es eine perforierte Lasche. Nehmen Sie nun alle Unterlagen heraus. 2. Werbematerial lesen Falls Sie noch nicht wissen, wen Sie wählen möchten, können Sie das Werbematerial lesen. Vielleicht hilft Ihnen dieses bei Ihrer Entscheidung. 3. Wahlanleitung lesen Die detaillierte Wahlanleitung beschreibt, wie Sie die Wahlzettel ausfüllen können. 4. Wahlzettel ausfüllen Es gibt verschiedene Wahlzettel für die jeweiligen Gremien. Die weissen Wahlzettel sind für das Stadtparlament, den sogenannten Stadtrat. Die blauen Wahlzettel sind für die Stadtregierung, den sogenannten Gemeinderat. Die rosa Wahlzettel sind für das Stadtpräsidium. Pro Gremium hat es jeweils leere Wahlzettel und solche, auf denen bereits Namen von Kandidierenden vorgedruckt sind. Wahlzettel nennt man auch Listen. Für das Ausfüllen gibt es folgende Regeln. Verwenden Sie nur die offiziellen Wahlzettel. Sie dürfen nur einen Wahlzettel pro Gremium abgeben. Schreiben Sie von Hand mit einem blauen oder schwarzen Stift. Schreiben Sie den Namen, Vornamen und die Kandidierendenummer auf den Wahlzettel, damit klar ist, wem Ihre Stimme gilt. Schreiben Sie nur Kandidierende auf Ihren Wahlzettel, die auf einem Wahlzettel mit Vordruck aufgeführt sind. Sonst ist Ihre Stimme ungültig. Für die Wahlen in den Gemeinderat und in den Stadtrat dürfen Sie die gleiche Person zweimal aufschreiben. Das nennt sich kumulieren. Für die Wahl des Gemeinderats und des Stadtrats haben Sie drei Möglichkeiten, Personen zu wählen. Sie können einen eigenen Wahlzettel oder eine eigene Liste erstellen, eine unveränderte Liste abgeben oder eine vorgedrückte Liste abändern, indem Sie Personen streichen, doppelt nennen, Personen von anderen Listen aufführen oder die Listennummer ändern. Im Folgenden werden diese Optionen genauer erklärt. Wahlzettel ausfüllen für den Gemeinderat oder den Stadtrat, eigene Liste erstellen. Wenn Sie Personen wählen möchten, die auf unterschiedlichen Listen aufgeführt werden, können Sie eine eigene Liste erstellen. Schreiben Sie dafür die kandidierenden Nummern sowie die Vor- und Nachnamen der Personen auf den leeren Wahlzettel. Oben können Sie eine Partei oder Gruppierung wählen, indem Sie deren Listennummer und Listenbezeichnung eintragen. Wahlzettel ausfüllen für den Gemeinderat oder den Stadtrat, vorgedruckte Liste verwenden. Sie möchten eine Partei oder Gruppierung und all deren Personen wählen? Dann können Sie den entsprechenden vorgedruckten Wahlzettel unverändert verwenden. Die Gruppierung und alle Personen auf dieser Liste erhalten dann Ihre Stimme. Wahlzettel ausfüllen für den Gemeinderat oder den Stadtrat, vorgedruckte Liste ändern. Sie haben vier Möglichkeiten, einen vorgedruckten Wahlzettel zu ändern. Erstens Namen streichen. Wenn Sie einer Person keine Stimme geben möchten, streichen Sie deren Namen durch. Die Liste erhält dann die leeren Linien als Zusatzstimmen. Zweitens Namen doppelt aufschreiben, also kumulieren. Wenn Sie einer Person zwei Stimmen geben möchten, schreiben Sie die kandidierende Nummer sowie den Vor- und Nachnamen ein zweites Mal auf. Drittens Namen von anderen Listen aufschreiben, das heißt panaschieren. Sie können auch einer Person von einer anderen Liste Ihre Stimme geben. Schreiben Sie dafür deren kandidierende Nummer sowie den Vor- und Nachnamen auf. Viertens, Sie können die Listenbezeichnung oben ändern, um einer anderen Gruppierung Ihre Stimme zu geben. Diese Gruppierung erhält dann die leeren Linien als Zusatzstimmen. Wahlzettel ausfüllen für das Stadtpräsidium. Für das Stadtpräsidium können Sie nur eine Person wählen. Nutzen Sie hierfür einen der vorgedruckten Wahlzettel oder schreiben Sie den Namen der gewünschten Person auf den leeren Wahlzettel. Achtung, Sie können nur Personen wählen, die offiziell kandidieren und auf der Namensliste für die Stadtpräsidiumswahl stehen. Die Namensliste finden Sie bei den Wahlunterlagen. Fünftens, Wahlzettel ins Stimmkuvert. Legen Sie pro Gremium, also Stadtpräsidium, Gemeinderat und Stadtrat, einen ausgefüllten Wahlzettel ins Stimmkuvert. Das ist das kleinere Kuvert mit den Löchern. Kleben Sie das Stimmkuvert zu. Sechstens, Stimmrechtsausweis unterschreiben. Unterschreiben Sie nun den Stimmrechtsausweis. Unter Ihrer Adresse hat es ein Feld für Ihre Unterschrift. Siebtens, Antwortkuvert verpacken. Nun können Sie den Stimmrechtsausweis und das Stimmkuvert in das Antwortkuvert legen. Platzieren Sie den Stimmrechtsausweis so, dass die Adresse der Stadt Bern durch das Fenster sichtbar ist. Verschliessen Sie das Antwortkuvert. Achtens, Kuvert abgeben. Nun können Sie Ihre Stimme abgeben. Sie haben drei Möglichkeiten. Per Post, am Briefkasten oder persönlich im Stimmlokal. Sie können uns das Antwortkuvert mit allen ausgefüllten Unterlagen per Post schicken. Achten Sie darauf, dass die Adresse der Stadt Bern im Fenster sichtbar ist. Kleben Sie dann eine Briefmarke auf das Kuvert. Das Kuvert muss am Samstag vor dem Wahltag bei uns ankommen. Sie können Ihr Antwortkuvert auch in einen der drei offiziellen Briefkästen einwerfen. Dies ist bis am Samstag um 12 Uhr vor dem Wahltag möglich. Sie finden die Adressen der drei offiziellen Briefkästen unter diesem Video. In der Stadt Bern gibt es in allen Stadtteilen ein sogenanntes Stimmlokal, wo Sie Ihre Stimme direkt abgeben können. Manche Stimmlokale sind rollstuhlgängig. Im Link unter diesem Video finden Sie eine Übersicht über die Adressen und Öffnungszeiten aller Stimmlokale sowie Informationen zur Rollstuhlgängigkeit. Neue Unterlagen bestellen oder Unterstützung beim Ausfüllen der Unterlagen erhalten. Neue Unterlagen bekommen Sie beim Stimmregister der Stadt Bern. Sie können sich auch bei uns melden, wenn Sie Unterstützung beim Ausfüllen der Unterlagen benötigen. Sie finden uns im Erlacher Hof an der Junkerngasse 47, erreichen uns unter 031 321 5071 oder per E-Mail stimmregisteratbern.ch Diese Informationen sowie unsere Öffnungszeiten finden Sie auch in der Box zuständige Stelle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017